Mein Name ist Thomas und heute erzähle ich euch meine Geschichte, wie ich zum Bodybuilding kam und wie wir einfach im Fitnessstudio uns einen Namen gemacht haben. Ich fange ganz von vorne an. Mein allerbester Freund Nils und ich, wir sind zusammen im Kindergarten. Wir haben uns damals im Kindergarten kennengelernt und Nils war schon im Kindesalter ein übergewichtiger Junge. Und das hat ihn auch natürlich sehr, sehr zu schaffen gemacht, auch später in der Schule, vor allem im Sportunterricht. Wir waren sogar in einer Klasse gewesen, auch im Sportunterricht war er halt immer einer, der nicht so gute Noten hatte, leider. Er konnte zwar nichts dafür, aber so war das halt. Irgendwann wurde Nils leider auch zu einem Mobbingopfer. Er wurde von vielen Kindern gemobbt und Kinder können wirklich sehr, 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 sehr gemein sein. Oft hat er geweint, oft wurde er von seinem Vater abgeholt von der Schule, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und so hat sich das wirklich über Jahre gezogen. Ich habe oft mit meinem Vater darüber gesprochen, weil ich war quasi genau das Gegenteil. Ich war eher so der sportliche Typ, er war so der übergewichtige. Und für mich war auch mein Vater so mein Vorbild gewesen. Mein Vater war Bodybuilder. Er hat auch bei Wettkämpfen mitgemacht, all solche Dinge. Und ich hatte das quasi so mit dem Blut. Ich war sehr sportlich, ich hatte immer Bock auf Sport. Auch im Sportunterricht war ich immer an vorderster Front. Und auch in den Bundesjugendspielen war ich immer einer der Besten. Nils leider immer einer der Schlechtesten, auch so bei Wettkämpfen. Wenn es um Wettrennen zum Beispiel ging, war er leider, leider immer der Letzte. Und deswegen war er diesen ganzen Mobbingattacken einfach komplett schutzlos ausgeliefert. Und musste das über sich hergehen lassen. Auch die ganzen Gespräche mit Lehrern und so haben nichts gebracht. Die Lehrer haben mit den Kindern geschimpft. Die haben die Eltern eingeladen. Aber wie gesagt, Kinder können schon sehr, sehr gemein und fies sein. Und so vergingen dann die Jahre. Ich habe viel von meinem Vater gelernt. Mein Vater hat mir viel beigebracht. Er hat mir viel gezeigt. Er hat aber auch früh genug mir klargemacht, dass ich die Finger auf jeden Fall von Anabolika und solchen Sachen sein lassen soll. Weil es einfach Nebenwirkungen hat. Es hat Nebenwirkungen. Atemprobleme, Herzprobleme, all solche Dinge. Typische Nebenwirkungen. Pickel hat er bekommen. Weniger Haare auf dem Kopf gehabt. Die Überraschungseier wurden kleiner, weil der Körper nicht mehr selber Testosteron produziert hat. gab es auch natürlich da Nebenwirkungen. Männerbrüste zum Beispiel war auch so eine Nebenwirkung. Er hat mir sehr viel erklärt. Er hat mir die positiven und die negativen Dinge erklärt. Und es gab leider mehr negative Dinge als positive Dinge. Mit 16 habe ich dann Nils dazu überredet, dass wir ins Fitnessstudio gehen. Wir sind in ein Fitnessstudio gegangen, wo überwiegend Rentner waren. Wir haben uns da angemeldet, waren da zwei, drei Monate und danach kein Bock mehr. Heute nicht. Morgen. Lass uns heute Pizza essen. Lass uns heute Cheat Day machen. All solche typischen Ausreden, die uns immer wieder so aus der Bahn geworfen haben. Irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, wir gehen in ein Oldschool-Fitnessstudio. Das ist der einzige Weg. Wir gehen in dieses Oldschool-Fitnessstudio und wir kommen rein. Laute Musik. Wir gucken. Sogar die Frauen waren durchtrainiert. Da lief eine Frau an uns vorbei. Ich gucke Nils an. Und ich sage, Nils, wenn du uns eine Bombe gibst, wir gehen beide schlafen. Wir müssen hier auf jeden Fall was machen. Digga, wir müssen hier Gas geben. Wir dürfen uns hier nichts erlauben. Dann kommt Marc. Marc ist der Trainer da. Der Cheftrainer. Und schaut uns beide an. Er sagt, ich checke euch jetzt erstmal, wie groß dies, das, hin und her. Und er sagt, wie alt seid ihr? Wir sagen, wir sind noch nicht 18. Er sagt, eure Eltern müssen kommen. Wir brauchen die Anverständniserklärung. Anverständniserklärung. Die müssen wir euch unterschreiben, weil ihr noch nicht volljährig seid. Ich rede mit meinem Vater. Mein Vater kannte sogar Marc. Nils Vater ist auch gekommen. Die haben gesprochen. Vertrag. Dies, das. Haben unterschrieben. Und es konnte losgehen. Wir haben gestartet. Wir haben trainiert. Und dann kommt Marc. Und sagt, Nils, mitkommen. Du, mitkommen. Wir gehen hin. Wir sitzen uns hin. Er sagt, was macht ihr eigentlich hier? Seid ihr hier, um rumzualbern? Oder seid ihr hier, um Gas zu geben? Wollt ihr hier irgendwie Dekoration sein in unserem Fitnessstudio? Wollt ihr, dass die Leute denken, ihr seid Putzfrauen? Wir gucken ihn an. Wir sagen zu ihm, nein, aber wir machen doch schon. Er guckt Marc so richtig ernst an. Er sagt, und du, Fettkloß, heute Sonntag. Bis nächste Woche Sonntag hast du drei Kilo abgenommen. Haben wir uns verstanden? Und wenn du diese drei Kilo nicht abnimmst, kündige ich dich hier. Verträge und solche Sachen zählen hier nicht bei mir. Ich rede hier mit meinem Mund und nicht mit meinem Arsch. Du wirst nächste Woche Sonntag drei Kilo weniger drauf haben. Ansonsten bist du raus. Haben wir uns verstanden? Ich gucke Nils an. Nils guckt mich an. Du hast Nils angesehen, wie er sich einfach denkt, okay, mein Leben ist gefickt. Wir gehen raus. Wir haben erstmal geduscht natürlich. Haben uns einen Eiweißshake noch gegönnt. Und wir stehen draußen. Wir beide reden nicht miteinander. Ich gucke ihn an. Ich sage, Nils, Digga, das war es mit Pizza und so, ne? Du musst bis nächste Woche Sonntag drei Kilo runter haben, Bro. Ich habe ihm auch gesagt, ich habe gesagt, mein Vater hat mir sogar gesagt, lasse Salz und so weg beim Essen. Weil das sorgt dafür, dass Wasser sich einlagert in deinem Körper. Und das sorgt für weiteres Gewicht. Lass solche Sachen weg. Kohlenhydrate weg. Achte auf deine Ernährung. Ab dann und dann nichts mehr essen. Nur noch Wasser. Keine Süßigkeiten. Keine süßen Getränke. Nix. Das muss weg, Bruder. Wir sind abends noch Joggen gegangen. Wir sind morgens Joggen gegangen. Wir sind tagsüber beim Fitnessstudio gewesen. Wir sind abends im Fitnessstudio gewesen. Wir haben richtig Gas gegeben. Am Freitag sage ich zu ihm, geh mal auf die Waage, Bruder. Lass mal gucken. 2,6 Kilo. Uns fehlen noch 400 Gramm. Wir haben richtig Gas gegeben. Wir haben wenig Gewicht genommen. Viel Wiederholung, damit er schön schwitzt. Wir sind Joggen gegangen. Nach dem Training nochmal halbe Stunde. Morgens haben wir uns getroffen. Wir sind Joggen gegangen. Tagsüber sind wir arbeiten gegangen. Abends wieder Fitnessstudio. Genau selber filmen. Wenig Gewicht. Viele Wiederholung. Er hat richtig geschwitzt. Ich habe ihn richtig gepusht. Ich wurde dadurch auch automatisch gepusht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Sonntag. Marc kommt. Er sagt, komm her. So richtig streng war er. So richtig streng. Und auch 1,90 Ochse. Breit gebaut. Tattoos. Böser Blick. Er sagt, los komm. Auf die Waage mit dir. Er will rauf. Er sagt, nein, 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 nein. T-Shirt ausziehen. Hose runter. Socken ausziehen. Nur noch mit Boxershorts. Er geht rauf. Ich habe richtig Herzrasen. Weil ich weiß, wenn Nils raus ist, ich habe selber keinen Bock mehr zu trainieren. Ich gehe nur mit Nils trainieren. Nils geht rauf. Er sagt, ja hast du mal Glück gehabt, Fettsack. Ich gucke drauf. Er hat 3,5 Kilo abgenommen. Wir waren so stolz auf uns. Er sagt, nächste Woche 2,5 Kilo. Ansonsten bist du raus. Glaub nicht, dass es jetzt hier vorbei ist. Er sagt, wie? Schon wieder? Er sagt, 2,5 Kilo. Ihr könnt weitermachen. Es hat sich so angefühlt, als wäre er unser Chef. Als würden wir für ihn arbeiten. So hat sich das angefühlt. Aber das war Motivation. Wir wollten aus diesem heftig geilen Studio einfach nicht raus. Weil da waren alles Tiere. Alle breit gebaut. Alle durchtrainiert. Und wir wollten auch dahin. Er hat wieder 2,5 Kilo abgenommen. Danach hat er wieder abgenommen. Er hat abgenommen, abgenommen, abgenommen. Bis Marco irgendwann zufrieden war. Er hat gesagt, okay, jetzt geht ihr auf Masse. So viel Gewicht. So viel Wiederholung. Heute dies. Morgen das. Übermorgen das. Dann das. Er hat uns einen Plan gegeben für die ganze Woche. Wir mussten uns daran halten. Heute keine Zeit gibt es nicht. Auf gar keinen Fall. Hast du um 17 Uhr einen Termin, dann komm um 14 Uhr ins Studio. Hast du um 14 Uhr einen Termin, kommst du danach zum Studio. Ich will keine Ausreden. Ich will euch jeden Tag hier sehen. Jeden Tag will ich euch sehen, wie ihr diese Übungen macht, die ich euch gebe. Wir haben uns daran gehalten. Wir haben richtig Gas gegeben. Nach 3, 4 Monaten, wir merken, Muskelaufbau ist auf jeden Fall da. Aber nicht das, was wir wollen. Nils sagt zu mir, Bro, was hältst du davon, wenn wir uns auch was holen? Denkst du wirklich, dieser Mark nimmt nichts, Bruder? Denkst du, der ist so zur Welt gekommen? Denkst du wirklich, der hat das durch Training alleine geschafft? Nie im Leben. Die ganzen anderen Jungs hier? Nie im Leben. Die Frauen, Digga. Die machen Hantelbank 80 Kilo mit ihrem Arsch. Nicht mal mit ihren Händen. Die nehmen auch was, Bruder. Lass uns auch was nehmen. Ich so, okay, was machen wir? Wohin? Wie? Wo? Was? Wir können mit niemandem darüber reden. Wenn wir das Mark sagen, Mark wird uns durch Studio boxen. Er sagt, lass uns in den Bus steigen, Bruder. Richtung Polen, Grenze. Da gibt es Läden. Da steht, da gibt es einfach alles. Wir fahren dahin, wir steigen in den Bus, wir steigen aus. Genau wie er gesagt hat. Überall Läden, da steht Anabolika drauf. Da steht auch drauf Testosteron, Trembolon, Deka, Fatburner. Alles, was du brauchst, gibt es da. Wir haben uns alles geholt, was wir brauchen. Wir haben uns Eiweißshakes geholt mit Geschmack, dies und das. Wir haben alles einfach geholt. Spritzen haben wir uns geholt. Desinfektionsmittel haben wir uns geholt. Alles, was wir einfach dafür brauchen. Kanülen, Nadeln, alles war einfach dabei. Wir haben uns komplett ausgestattet. Und dann mussten wir jetzt nur noch überlegen, wie oft nimmt man das und wie viel nimmt man das. Damals hat man das alle sechs Tage genommen. Ein Milliliter. Heute nimmt man das alle drei Tage. Ein Milliliter. Wir haben erstmal damit angefangen. Erste Spritze in den Arsch. Arschbacke. Dann irgendwann Oberschenkel. Und irgendwann in den Arm. Damit sich das Ganze gleichmäßig verteilt. Und es nicht irgendwo zu einem Stau kommt. Weil wir wollen ja nicht nur Arsch trainieren. So und dann fing es an. Wir geben Gas. Wir haben die Dosis genommen. Und nach einem Monat, man hat gemerkt, da passiert was. Zweite Monat, dritte Monat, vierte, fünfte, sechste, siebte Monat. Es wurde immer mehr. Wir wurden immer breiter. Wir wurden immer stabiler. Aber Marc kommt, er sagt, was los? Zu viele Fruchtzweige gehabt? Wir sagen ja. Er sagt, woher? Wir sagen ja, Grenze Polen. Er sagt, alles klar. Lass das hier niemanden wissen. Und sagt das auch nicht zu laut. Man kann ja schon sehen. Aber trotzdem. Ich weiß von nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gehört. Wissen das eure Väter? Nils will gerade was sagen. Ich so, warte ganz kurz. Ich gucke ihn an. Ich so, Marc, wusste dein Vater, dass du das nimmst? Er hat gesagt, nein. Ich habe gesagt, warum soll das dann unser Vater wissen? Er hat gesagt, starke Antwort. Ich habe gesagt, ja, jetzt geh weiter trainieren. Ich habe so kleinen Spaß mit ihm gemacht. Er dreht sich um, er geht. Und ab dem Moment, wo dann so Freunde von uns gesagt haben, ach, ihr nehmt bestimmt irgendwas, war uns klar, okay, wir gehören jetzt auch zu der Hulk-Familie. Man sieht uns das an. Es wurde immer heftiger, immer heftiger, immer heftiger. Ich habe auch schon so ein, zwei Anfragen bekommen. Nils hat auch ein, zwei Anfragen bekommen. Wegen Kooperationen, Videos machen, dies machen, das machen. Irgendwelche Shakes in die Kamera halten, irgendwas sagen. Wir haben dafür Geld bekommen. Wir haben Geld verdient auf einmal. Wir wollten irgendwann an Wertkämpfen teilnehmen. Dafür war es noch ein bisschen zu früh. Dafür waren wir nicht definiert genug. Aber wir waren natürlich dabei. Irgendwann hat Nils angefangen, sich über Kopfschmerzen. Er hat irgendwann Kopfschmerzen gehabt. Ich kann heute nicht, Bruder. Geh du alleine. Und ich dachte, okay, jetzt fängst du diese Phase an. Es wurde immer weniger. Er hatte keine Motivation. Die Schmerzen wurden mehr. Die ersten Nebenwirkungen kamen bei ihm. Die ersten Nebenwirkungen kamen auch bei mir, aber nicht so stark. Bei ihm haben die Nebenwirkungen dann auch irgendwann nachgelassen. Er ist wieder trainieren gekommen. Wir haben wieder Gas gegeben. Und es blieb natürlich auch nicht aus, dass wir Pickel bekommen haben. Dann kam auch mein Vater irgendwann auf mich zu und hat gesagt, wie lange nimmst du schon diesen Scheiß? Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, so seit sieben, acht Monaten. Er hat gesagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst damit aufhören? Oder habe ich dir nicht gesagt, du sollst gar nicht erst damit anfangen? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Nebenwirkungen habe, Atemprobleme habe, die Probleme habe, die Probleme habe, die Probleme habe? Warum machst du das? Warum hörst du nicht auf mich? Ich habe gesagt, ja, aber genauso wie du motiviert warst und genauso wie du Bock hattest, so auszusehen, ich habe auch Bock darauf. Und guck dir mal Nils an. Nils war früher der Fettsack in der Schule. Die Leute haben ihn gemobbt. Heute gucken die auf den Boden, wenn die ihn sehen. Dann sagt er zu mir, Muskeln bringen dir auch nichts, wenn du nicht das Herz eines Löwen hast. Verstehst du, was ich meine? Diese Leute, die ihn damals gemobbt haben, können ihn heute immer noch mobben, können ihn heute immer noch ärgern, ihn ein Ding verpassen, aber wenn er eine Pussy ist innerlich, dann ist er und bleibt eine Pussy. Ist einfach so. Muskeln machen dich nicht zu einem Mann. Ich sage, ja, für ihn vielleicht ja. Bei mir ging es einfach nur darum, es sieht einfach gut aus und ich möchte einfach in deine Fußstapfen treten. Er sagt, ich bitte dich, mach das nicht, es ist nicht gut. Ich so, bitte lass uns die Diskussion einfach beenden. Du nimmst mir gerade meine komplette Motivation. Ich bin jeden Tag am Pumpen, am Machen und am Tun und du hältst mir hier eine Predigt. Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade echt erfolgreich mit dem, was ich tue. Ich verdiene sogar schon langsam Geld damit. Nils genauso. Er sagt, okay. Er sagt, ja, mach. Ich so, okay, lass mich einfach machen und gut ist. Unser Plan steht, wir gehen jeden Tag trainieren, wir sind am Pumpen, wir brechen Rekorde, wir rufen Marc mittlerweile so mit Finger. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind reingekommen, da waren wir so, und jetzt konkurrieren wir schon mit den Jungs. Und dann kam einmal ein Tag, Nils ruft mich an, er sagt, Bruder, denk nicht, ich suche Ausreden oder so, aber ich schwöre, ich kann nicht. Ich kann nicht trainieren, Bruder, ich brauche eine Pause. Ich brauche ein, zwei, drei Wochen Pause, Bruder. Ich habe jeden Tag Druck in meinem Kopf. Ich kann heute Thomas nicht sagen, dass ich nicht komme und mir geht es nicht gut, Bruder. Ich brauche eine Pause. Geh bitte erstmal alleine trainieren, die nächsten ein, zwei Wochen. Wenn es mir besser geht, komme ich. Ich sage zu ihnen, guck mal, mach dir keinen Stress, keinen Druck. Sport bringt nur etwas, wenn du auch Spaß daran hast. Du kannst nicht dich zum Sport zwingen und dich jeden Tag dahin quillen zum Fitnessstudio. Du musst Spaß daran haben. Und wenn es dir jetzt gerade aktuell keinen Spaß mehr macht, dann entspann dich, bleib locker und wir machen das ganz, ganz easy, wenn es dir wieder besser geht. Er sagt, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank für dein Verständnis. Viel Spaß beim Training. Grüße die Jungs von mir und sage, Marc, er soll nie wieder so böse gucken, sonst klatsche ich ihn eine. Ich so, meinst du das Ernst? Er sagt, natürlich nicht, Bruder, der klatscht mich durch den ganzen Laden, mach das nicht. Ich habe gesagt, ja, okay. Er hat noch so einen Spaß gemacht am Ende. Ich gehe trainieren. Drei, vier Tage. Es war richtig langweilig. Ich habe meine Kopfhörer am Ohr. Ich bin am Pumpen. Ich bin am Machen. Das Gute ist, wenn man so zu zweit am Trainieren ist, man macht seinen Satz und während der andere seinen Satz macht, macht der andere Pause. Er kommt kurz zur Ruhe, so diese paar Sekunden. Wenn er fertig ist, macht man wieder weiter. Aber es hat mich, es war komisch. Es war komisch, dass Nils nicht dabei war. So, wenn ich meinen Satz fertig hatte, stand ich kurz rum, habe es so getan, als würde gerade Nils trainieren und danach trainiere ich weiter. Das Ganze habe ich so ein paar Tage gemacht. Einen Tag habe ich richtig auf die Kacke gehauen. Ich bin richtig durchgedreht. Ich habe meinen Rekord gebrochen. Im Bankdrücken 160 Kilo. Ich gehe nach Hause. Ich liege im Bett. Ich habe vorher geduscht. Ich habe mir einen richtig schön kalten Eiweißshake gemacht mit Kokosgeschmack. Nicht mit Milch, Cousins, mit Wasser. Milch ist nicht gut. Für das Training. Und, äh, ich liege zu Hause. Ich bin gerade am Fernsehen. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dich da zerfleischt, duschen gehst, in entspannten Klamotten zu Hause, dann auf der Couch liegst und einfach fernsehst. Das ist einfach nur, ich liebe dieses Gefühl. Mein Handy klingelt in dem Moment. Eine Nummer, die ich nicht kenne. Ich gehe ran, hallo. Er sagt, hey, wie geht's dir, äh, Thomas? Er sagt, mir geht's gut, dankeschön. Wer ist er? Er sagt, hier ist der Vater von Nils. Ich sage, hey, wie geht's, alles klar? Er sagt, nein, es ist leider nicht alles klar. Es ist gerade alles scheiße. Ich sage, was ist denn los? Was ist passiert? Alles okay bei euch? Er sagt, gestern Nacht ist Nils an Herzversagen verstorben. In dem Moment ist meine Welt zusammengebrochen. Die Bilder, wie wir zusammen im Kindergarten waren, im Sandkasten gespielt haben, rumgeranzend im Kindergarten, in der Grundschule, Albernheiten zusammen gemacht haben. Es kam mir vor Augen, wie die Leute ihn gemobbt haben, wie ich ihn in Schutz genommen habe, wie wir unsere Ausbildung damals gestartet sind, zusammen zur Schule gelaufen sind, zusammen in dieses eine Fitnessstudio gegangen sind, wo die ganzen Rentner waren, wo wir danach ins Oldschool-Fitnessstudio gegangen sind mit Marc und Marc eine Ansage gemacht hat, wir dann nach Polen gefahren sind, alles kam innerhalb von Sekunden vor meine Augen. Und in diesen ganzen Sekunden habe ich auch gar nicht gesprochen am Telefon. Ich musste erst mal tief ein- und ausatmen. Ich habe gesagt, bitte sag, dass es nicht wahr ist. Ich flehe dich an, bitte. Er sagt zu mir, nein, Nils ist heute Nacht leider verstorben. Herzstillstand, Obduktion wird noch gemacht. Und ich wollte dich einfach darüber informieren, weil ich finde, du hast ein Recht darauf, das als erstes zu erfahren. Du bist ein bester Freund schon seit Jahren und du bist schon ein Teil unserer Familie. Ich habe gesagt, ich ziehe mich jetzt an, ich komme jetzt erst mal zu euch. Ich bin ins Auto gestiegen und das war so ein komisches Gefühl. Es war alles wie vorher auch. Ich weiß nicht, wie ich euch dieses Gefühl beschreiben soll. Die Welt hat sich einfach weiter gedreht. Es fuhren Autos durch die Gegend. Nur in meinem Kopf war auf einmal diese Stille und als wäre alles so stehen geblieben. Aber es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann euch das nicht beschreiben. Auf jeden Fall, ich fahre auf die Auffahrt rauf. Ich stecke aus dem Autohaus. Ich laufe zur Tür. Ich klingel. Ich stehe noch so durch die Tür, wie sein Vater gerade so durchs Wohnzimmer kommt. Den Flur entlang läuft, um mir die Tür aufzumachen. Er macht mir die Tür auf. Er sagt zu mir, hey Thomas, und umarmt mich. Ich habe ihn auch umarmt. Ich habe gesagt, es tut mir so leid. Ich wünsche euch so viel Kraft. Wo ist seine Mutter? Sagt, es ist gerade in der Stube. Ich laufe zur Stube. Sie guckt mich an, fängt an zu weinen. Sie sagt, du warst sein bester Freund. Du warst sein Bruder. Als sie das gesagt hat, bin ich geschmolzen. Ich bin gestorben vor Schmerz. Ich habe sie in den Arm genommen. Ich habe gesagt, bitte beruhig dich. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, meine Worte sind gerade einfach so gesagt. Aber ich weiß nicht, was ich sonst zu dir sagen soll. Ich kann nicht zu dir sagen, schrei deine Seele raus und heul hier. Ich weiß, es ist nicht das Richtige, aber irgendwas muss ich dir ja sagen. Es tut mir einfach leid. Es tut mir so leid. Und glaubt mir, ihr seid zwar seine Eltern, aber ich war für ihn wie ein Bruder. Er war für mich wie ein Bruder. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann ich euch bei irgendwas helfen? Kann ich irgendwas mit organisieren? Kann ich irgendwas tun? Kann ich irgendwas tun, um euren Schmerz ein bisschen zu lindern? Die sagen, was willst du denn tun? Unseren kleinen Nils kannst du uns nicht zurückholen. Ich habe gesagt, ja, ich kann ihn nicht zurückholen, aber wenn es irgendwas gibt, egal was es ist, lasst es mich wissen. Ich bin auf jeden Fall da und ich lasse euch auch nicht alleine. Ein paar Tage vergingen. Es kam dann zu Trauerfeier. Obduktionsbericht kam auch schon vorher. Es lag natürlich an diesem Anabolika. Sein Herz hat das Ganze nicht vertragen. Und so kam es dann zu einem Herzstillstand und das Ganze ist im Schlaf passiert. Man hat ihn morgens erst aufgefunden. Für eine Reanimation war es viel zu spät. Er ist auch schon blau angelaufen gewesen, hat seine Mutter gesagt. Und ja, dann kam der Tag, wo wir meinen besten Freund und meinen Bruder beerdigt haben. Mein Vater und meine Mutter haben mich begleitet zum Friedhof. Das war so ein komisches Gefühl. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fährt in eine Straße rein. Auf der rechten Seite ist die Grundschule. Auf der linken Seite genau gegenüber ist der Kindergarten und hinterm Kindergarten ist der Friedhof. Da ist die Kirche. Wir waren erst mal im Kindergarten zusammen. Dann waren wir auf der Schule zusammen. Und jetzt ist er wieder auf der anderen Seite nun ein Stückchen weiter auf dem Friedhof. und dann wurde er gebracht vom Bestatter. Sein Sarg wird rausgetragen. Seine Mutter weint, sein Vater weint. Mein Vater steht neben mir, klopft mir so auf die Schulter und sagt, bleib stark großer. Meine Mutter geht zu seiner Mutter. Irgendwann war die ganze Zeremonie vorbei. Alle sind gegangen. Mein Vater sagt, komm, wir gehen los. Ich habe gesagt, nein, ich muss mit Nils nochmal ein bisschen sprechen. Ich komme nach. Weil sein Sarg lag da schon im Grab. Und ich habe den Sarg noch gesehen. Überlagen Rosen, seine Freunde, Familie, Bekannter und Rosen reingeschmissen. Und ich war vorher noch bei DM. Ich habe ein Bild von uns beiden ausgedruckt im Fitnessstudio. Ein sehr, sehr freshes Bild habe ich da ausgedruckt. wie wir beide in die Kamera lächeln, Arm in Arm. Und man hat einfach diesen Erfolg in unserem strahlenden Gesicht einfach gesehen. Ich habe dieses Bild genommen und in sein Grab reingeworfen. Habe noch mit ihm geredet. Und ich habe natürlich geweint. Ich war sehr, sehr traurig. Sehr, 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 sehr traurig. Für mich war das dann auch vorbei mit diesem ganzen Anabolika-Scheiß. Testosteron und was weiß ich, wie das alles heißt. Das war einfach zu viel. Ich gehe nach Hause. Mein Vater sitzt in der Küche, trinkt seinen Kaffee. Ich setze mich dahin. Er guckt mich an und macht einfach nur so. Und in dem Moment habe ich mir einfach nur gewünscht, bitte rede nicht. Bitte sag nicht, was habe ich dir gesagt und so. aber dieses Nicken von ihm, sein Nicken hat mir schon signalisiert. Siehst du, ich habe dir damals was gesagt. Den einen trifft es nicht so hart, den einen trifft es ein bisschen härter und der stirbt. Es hätte auch dich treffen können, mein Junge. Und in dem Moment war mir einfach klar, man sollte einfach auf seine Eltern hören. die sagen nicht zu dir, mach dies und das nicht, um dich zu ärgern oder weil sie es dir nicht gönnen. Sie lieben dich mehr als sich selbst und gönnen dir viel mehr Erfolg, als sie jemals hatten. So sind Eltern, so wie man sie eigentlich kennt. Und ich wünschte, ich hätte damals einfach auf meinen Vater gehört und auch Nils davon abgeraten. Und heute ist mein bester Freund tot. Nur weil wir einfach gut aussehen wollten. Das war es mit meiner Story. Nehmt euch meine Worte bitte zu Herzen. Die Message auch hinter dieser Geschichte ist, lasst die Finger von illegalen Substanzen. Nicht jeder Körper reagiert gleich darauf. Man sieht zwar immer diese ganzen muskulösen Jungs. Lasst einfach die Finger davon. Geht den natürlichen Weg. Ernährt euch vernünftig. Geht trainieren. Reißt euch euren Arsch für eure Ziele auf. Und cheatet nicht. Das war's. Vielen, vielen Dank. Und ich muss jetzt einmal aus der Rolle rausschlüpfen, sonst komme ich gleich hier, komme ich gleich Tränen in den Augen. Ich küsse eure Herzen. Ich habe auch einen besten Freund. Ich habe eigentlich viele beste Freunde. Nicht viele, viele beste Freunde, aber so drei. Ich küsse eure Herzen. Ihr wisst ganz genau, dass ich dich damit meine. ich sage einfach nur Kaffee und Trecker. Ganz liebe Grüße an euch beide. Und das war's. Ich küsse eure Herzen. Das war eine auch sehr emotionale Story für mich. Ich habe die richtig krass gefühlt. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Folgt mir und mein Bitter Amelio auf Insta. Und das war's heute von mir. Euer Jonathan Frakes.